ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von spotting day heute in bielefeld hauptbahnhof und ja ich hoffe ihr habt viel spaß mit diesem video und ich hoffe einiges an rollmaterial drauf zu kriegen hier seht ihr erstmal eine abgestellte eurobahn und ja mal schauen was mir noch so vor die kamera fährt viel spaß und ja ich hoffe es wird einiges an material heute zu sehen sein so 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 Aber der Sound ist mega, oder? Der Lock. 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 Der Lock.